Wer andere ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Ole, 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 Paule vor und noch ein Tor. Ole, 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 und noch eine La-Ola. Hallo, ihr Lieben. Nein, heute geht es nicht um Fußball. Aber es geht um Timos Fußballmannschaft. Und die macht heute einen Ausflug in, na, wer weiß es? Richtig, in die Kletterhalle. Keine Angst. Timo fährt mit seiner Fußballmannschaft in die Kletterhalle. Darauf freut er sich schon so lange. Zuerst wird eine kleine, einfache Wand bestiegen. Das schaffen alle. Dann gehen die Kinder eine steile Treppe hoch. Oben angekommen sehen sie, dass sie vor einer hohen Wand stehen. Allerdings stehen sie ganz oben. Sie sollen das Abseilen üben. Boah, Timo freut sich. Das ist echt krass. Nils darf als Erster. Er kommt sicher unten an. Dann ist Frederik dran. Ha, das mache ich doch mit links, tönt er. Ja. Seine Knie zittern aber ganz schön. Er ist heilfroh, als er unten angekommen ist. Nacheinander lässt ihr Betreuer die Jungs runter. Gut, dass der so viele Muskeln hat, flüstert Jannik. Jetzt sind nur noch Jannik und Timo übrig. Timo will Jannik vorlassen. Doch der schiebt Timo nach vorne. Geh du doch zuerst, meint er. Jetzt merkt Timo erst, dass Jannik Angst hat. Auch der Betreuer hat es bemerkt. Du schaffst das. Ich halte dich an diesem Seil. Da kann dir nichts passieren, sagt er beruhigend. Doch Jannik traut sich nicht. Er tut Timo leid. Er kennt Jannik ziemlich gut. Er weiß, dass er manches nicht so gut kann wie andere Jungs in seinem Alter. Deswegen wird er sich bestimmt grün und blau ärgern, wenn er sich als einziger nicht abseilen lässt. Ich halte dich fest, bis du über den Rand drüber bist. Okay? Du kannst das, sagt er. Wenn du es nicht ausprobierst, wirst du noch eine ganze Woche sauer auf dich sein. Stimmt, nuschelt Jannik. Dann rutscht er zum Rand. Timo hilft ihm, bis er mit seinen Füßen Halt gefunden hat. Ganz langsam lässt ihr Betreuer Jannik runter. Dann ist Timo dran. Jolend lässt er sich abseilen. Das war so cool, ruft er, als er unten angekommen ist. Jannik strahlt. Es ist toll, einen Freund zu haben, der uns Mut macht, etwas Neues auszuprobieren. Dann schaffen wir manchmal Sachen, die wir uns vorher nie zugetraut hätten. Und beim nächsten Mal hat man gar keine Angst mehr davor. Und wenn du anderen Mut machen kannst, dann ist das eine ganz tolle Gabe. Probier es doch einfach mal aus. Bis deine Antenne. Ole, ole, ole. Paolo vor, noch ein Tor. Ole, 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 ole. Löh, ole, 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 ole! Untertitelung des ZDF, 2020